Hallo, leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach. Ich habe eine bombastische Neuigkeit für euch, etwas, das alles in unserem geliebten Verein verändern könnte. Macht euch bereit für eine unglaubliche Enthüllung, die euch bis zum Ende dieses Videos extrem gespannt und neugierig machen wird. Bevor wir beginnen, möchte ich euch um einen besonderen Gefallen bitten, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Details über Borussia Mönchengladbach verpasst. Denn was wir gleich enthüllen werden, ist so erstaunlich, dass ihr diese spannende Wende auf keinen Fall verpassen möchtet. Kommen wir gleich zur Sache, die Trennung zwischen Hannes Wolf und Borussia Mönchengladbach wird in diesem Sommer immer offensichtlicher. Der talentierte 24-jährige Mittelfeldspieler hat trotz einer großen Veränderung in der Mannschaft nur wenige Aussichten auf regelmäßige Spielzeit. Und jetzt stellt sich die Frage, wird er wirklich zu einem Kandidaten für einen Vereinswechsel? Es ist bemerkenswert, dass sich Wolfs Situation auch nach den Abgängen von Jonas Hofmann zum Bayer Leverkusen und Lars Stindl zum Karlsruher SC nicht verbessert hat. Der neu verpflichtete Frank Honorat hat den Platz von Hofmann eingenommen, eine Position, die Wolf theoretisch als offensivstärker Spieler auf der rechten Seite hätte einnehmen können. Und der Ersatz des ehemaligen Kapitäns Stindl, der auf verschiedenen Positionen im Angriff eingesetzt wurde, ist bereits Teil von Florian Neuhaus, Kader. Selbst auf den Außenbahnen, wo Wolf aufgrund seiner Vielseitigkeit die Präferenz des früheren Trainers Daniel Fahke war, gibt es viele Optionen. Alassane Pli auf der linken Seite und Honorat auf der rechten Seite haben ihre Stammplätze, zumindest vorerst. Darüber hinaus haben wir mit Nathan Gummo und dem Neuzugang Robin Hack weitere Alternativen. Wolf hatte bereits im Mai angedeutet, dass ein Abschied von Gladbach in diesem Sommer möglich sein könnte. Er erwähnte, wenn sich eine interessante Gelegenheit ergibt, werde ich natürlich mit Gladbach, meiner Familie und meinen Beratern zusammensitzen. Nun, ich weiß, dass ihr gespannt seid, wie diese faszinierende Geschichte weitergeht. Wie hoch sind die Chancen, dass Hannes Wolf tatsächlich Borussia Mönchengladbach verlässt? Wie könnte sich das auf die Zukunft des Vereins auswirken? Ich möchte eure Meinung zu diesem fesselnden Thema hören. Denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um keine Updates zu verpassen. Und am Ende dieses Videos hinterlasst eure Kommentare und teilt eure Erwartungen darüber, was mit Hannes Wolf und Borussia Mönchengladbach geschehen könnte.